Warte, das fokussiert mich. Digga, du bist unscharf wie so ein Stück Funk. Das will nicht. Jetzt hat er. Okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei WIK Performance. Digga, bin ich dumm. Ich habe die Anmoderation hier gemacht beim Talk. Aber ich will die jetzt machen. Ich schneide die zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei Neumun. Warte, das hat fokussiert. Digga, Wucht, René. Zusammenbunden. Feuerhund. Ich muss raus. Ich muss raus. Warte mal kurz. Im Laufen übrigens. Hast du das drauf, ja, ne? So, das war's wieder von uns. Weil er gelacht hat, ey. Ey, ich schweig. Oh Gott. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben zu lachen. Der hat doch gelacht, oder nicht? Eigentlich hat er gelacht. Mein Name ist Chris. Ich bin der Party. Und heute kommt ein Video, das wir vor langer, 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 langer Zeit eigentlich schon machen wollten. Du mal weg. Kennst du, kennst du? The Big Bang Fury? Oh ja. Kennst du Raj? Ja. Der Typ schaut so aus. Jawohl. Schneid das nicht rein. Nein. Dieser Schallknoll, der ist, wie groß ist der? 6, 7 Zentimeter, ne? Jetzt nicht falsch denken. Aber es hat sich gut angefühlt. Das musst du nur mal neu sagen. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Das darf ich nicht. Du musst mit mir arbeiten. Ich muss das Zeug sehen. Entschuldigung.